ARD Text im Auftrag von Funk Doch, doch, Miner kann einen Topf Kaffee im Ofen backen. Das ist kein Problem. Willst du bring all your cars? Bring your car in. Yes, please. Hold it. Ja. Das ist alles. Wohoo! Wow. Das sind deine Fondationen. Das ist richtig, ja. Das ist ein F1. 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 F3. Sk5. F4. F5. F4. 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 F5. F5. F9. F4. F7. F4. Die schnurlen. Die schnurlen. Die F1 und F2, wenn sie gefreiten sind, sie schnurlen. Nicht schnurlen, aber... Die schnurlen. Die schnurlen. Die schnurlen. Welcher von Ihnen hat Bengals? Das ist nur Willside. Aber musst du mir nicht machen? Spritze, da? Die schnurlen. 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 Wir sind in der Harte. Nein, da ist er noch eine. Das ist eine Mälder. Das ist eine Mälder. Die ist 8-9 Monate. Das ist immer eine Jahre. Das ist eine Mälder. Das ist eine Mälder. Das ist eine Mälder. Die ist eine Mälder. Wie weit am ich? Die schnurlen. Das ist eine Mälder. Das ist eine Mälder. Sie ist komplett wild. Sie ist nicht handelbar. Sie sieht aus. Sie ist aus den USA. Wir wissen nicht aus. Sie sieht aus. Sie sieht aus. Sie sieht aus. Sie ist sehr skeptisch. Sie ist absolut großartig. Sie ist eine Mälder. Sie ist die erste Mälder. Sie haben eine Mälder. Sie hat einen Mälder. Sie hat einen Mälder. Sie hat einen Mälder. Spots. Spots. Ich habe ihn über stealt. Sie hat einen Mälder. Sie hat einen Mälder. Das ist super schön. Sie hat ihn gut davon. Sie hat einen Mälder. Sie hat einen Mälder. Sie sind 5 Jahre alt. Ah, ich habe nie ein Baby. Sie haben ein wenig zu früher. Bitte. Was ist denn was? Was ist denn was? Was ist denn was? Hey. This one's a bit aloof. She's not that friendly. Das ist eine Schwierung. Ja. Oh. Everything's not very friendly. She doesn't really know. I brought her as an adult from another breeder. How old is she? She's 10. I saw the name you say now. I have a photo from her when she was young. Really, yeah. She has a very short tail. Yeah. Our old house, she got out. She's so interested in each other's wear. She is so interested. I could say. I could say it. I tried to use the video. I could say it's better. Here comes to the family. Wow, you have to come home, he brought it myself. Yes, right. Das ist ein Schiff. Hat sie eine Babys? Ja, sie hat eine Babys. Sie hat eine Babys in einem Zeitpunkt. Sie ist nicht eine sehr gute Mutter. Sie hat eine Baby, Gem, und Aussie. Ja, sie hat eine Babys. Sie hat eine Bische, ein F1. Ja, sie hat eine Bedeutung und Aussie, sie hat eine Bedeutung. und Schwestern. Sie können sie auch. Aber Sie können sie? Esmund kann, ich kann nicht. Wenn sie sie hat, sie hat sie nicht, sie hat sie mit ihr. so she'll wait until he's there and then she'll have her kittens and if she was to have a litter now we'd be able to take you into the room where she is with her babies and she has to buy all the other breeders and recently we had someone interested in buying some of our adults and her cousin spoke to another breeder and then they just don't they're not interested anymore yeah these are all rescued animals some of the deer have been born this year but a lot of them are rescues a lot of the parents were rescued that's what wallaby is in Australia do it again next one okay okay it goes yeah until we put all those trees along there this is so hot okay okay yeah 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 that was feeling me always Es ist sehr positiv, sie denken, dass es so schön ist als Essen als Essen als Essen. Will ich noch eine andere Zeit? Komm, komm. Okay. Move. No, 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 no. Wir haben einen Teil der Saisen. Wir haben eine Sugargründe. Was ist das so? Was ist das so, Setem Film? Ja, aber es ist sehr interessant. Ja, ja, das ist mein Favorit. Ja, ja, das ist gut. Ja, wir können diese auf und dann gehen. Ist hier ein Aeroflasches? Ja, es ist ein Aeroflasches. 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 Sie bringen diese Baby Cubs, und sie benutzen sie oft, wenn sie ihre Babys, um sie in den Publikum zu bringen. Sie holen Sie 60 Pounds per Stunde, um die Baby zu holen. Aber bei der Zeit sie zu ein Aeroflaschen, sie haben sie nicht die Facilität, um sie zu holen. Sie werden sie verabschieden. Sie werden sie verabschieden. Sie haben sie verabschieden. Nein, wir haben sie nicht. Wir haben ihn von einem Baby zu holen. Aber wir haben ihn als ein Aeroflaschen. Wir haben ihn als ein Aeroflaschen. Sie haben ihn als ein Aeroflaschchen. Sie werden sie nicht verabschieden. Wie funktioniert sie nicht? Wir haben ihn als Aeroflaschen. Vielen Dank. Ja? Pumpto! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017